Die Kranzhornalm mit dem kleinen See und den Weg hinauf auf die Kranzhornspitze, vorbei an einer Kapelle. Die letzten, sehr ausgesetzten Meter auf die Kranzhornspitze, mit einer wunderschönen Aussicht auf das Inntal. Blick auf den in Deutschland gelegenen Heuberg. Das Spitzsteinkreuz mit der Bergkapelle. Die Kranzhornspitze Die Kranzhornspitze Die Kranzhornspitze Untertitelung des ZDF, 2020